Timmy will zum Fußball, Erna zum Kaffeekränzchen und Stefan zur Arbeit. Das ist für alle jetzt individuell und flexibel möglich. Mit dem Activo, dem neuen On-Demand-Verkehr des AVV. Der Activo fährt auf Bestellung, ohne festen Fahrplan oder feste Route. Er legt dabei angefragte Fahrtwünsche mit einer ähnlichen Route zusammen. Das nennt man Pooling. So werden unnötige Fahrten reduziert und die Umwelt geschont. Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr oder Samstag von 8.30 bis 18 Uhr fährt dich der Kleinbus an dein Ziel. Günstig und flexibel. Der Activo wird ganz einfach per App gebucht. Suche den gewünschten Start und Zielpunkt entweder per Texteingabe oder direkt über die Karte und wähle deinen Favoriten. Du kannst nun für dich selbst buchen oder auch für andere Personen, wie zum Beispiel das eigene Kind. Dazu gibst du unter Anmerkungen den jeweiligen Namen an. In der App siehst du anschließend deine Buchung und die Abfahrtszeit. Beim Einsteigen zeigst du dem Busfahrer deine Buchung oder nennst ihm deinen Namen. Der Fahrpreis ist bei Abus, Zeitkarten und sogar beim Deutschland-Ticket bereits inkludiert. Falls du keines dieser Tickets besitzt, kannst du beim Fahrer ein Ticket oder eine Streifenkarte in Bar erwerben. Da der Kleinbus stets unterschiedlich viele Personen mitnimmt und Gemeinden anfährt, können sich die Abfahrtszeiten durch das Pooling um wenige Minuten nach vorne oder hinten verschieben. Bei Buchungen über die App kannst du den Standort des gebuchten Aktivus in Echtzeit verfolgen oder dich per Push-Nachricht über die voraussichtliche Ankunftszeit informieren lassen. Bei telefonischer Buchung sei bitte mindestens fünf Minuten vorher am gewählten Haltepunkt, denn der Aktivo kann nicht warten. Übrigens, Haltepunkte vor Ort erkennst du an den Schildern mit dem Aktivo-Logo. Du kannst deine Fahrt bis maximal 30 Tage vor Abfahrt rund um die Uhr per App buchen. Sollte dir doch mal was dazwischen kommen, bitten wir dich die gebuchte Fahrt bis spätestens 30 Minuten vorher wieder zu stornieren. Von A wie Adelsried bis Z wie Zusmaßhausen. Der Aktivo ist im Gebiet Holzwinkel, Rot und Zusammtal unterwegs und befährt rund 360 Haltepunkte in 30 Orten. Flexibel planen, pünktlich ankommen. Aktivo fährt auf Abruf. Wann du willst, wohin du willst. Du hast noch Fragen? Dann informiere dich auf www.aktivo.de.